So, es geht gleich auf die Bühne. Ich bin mal gespannt. Also, ich bin Ray's Team und ich mache Beatbox. Und Beatbox ist Musik mit dem Mund. Klingt komisch, ist aber so. Nee, Alberto kommt ja später erst. Ich darf den Text nicht klauen. Und ich würde sagen, ich habe noch keinen Mic-Check gemacht, deswegen mach ich jetzt einfach mal und die Hütten stellen ein bisschen ein. Check microphone Check I 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 25 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 29 25 26 Dankeschön! Das macht's ja nicht durstig. Und Beatboxer können übrigens besser küssen. Nur so, by the way. Okay, wissenschaftlich erließen. Ja, Beatbox macht durstig. Und deswegen... Ich hab Durst. Ich brauch Wasser. Prost! So, der Auftritt neigt sich dem Ende schon. Sind schon 5 Minuten. Das ist ja Wahnsinn. Ich mach irgendwas, ne? Ist ja egal. Ich muss nicht so viel labern. Das Problem ist, ich mach ja eigentlich Vlogs. Ich red ja eigentlich die ganze Zeit nur in die Kamera. Und Beatboxen mach ich nur so nebenbei. Auf dem Klo, ne? Und in der Dusche. Ja. Too much information. Come on... the 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 Writing Danke.